Hallihallöchen und willkommen zurück auf der Insel hier am Freitagnachmittag. Nachmittag ist gut. Es ist abends. Es ist abends. Es ist nicht nachmittags. Es ist Freitag. Freitag der 13. Nein, 18. Nicht der 13. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ich will erstmal wieder reinkommen hier. Ich will es nicht mehr ruhig stehen geblieben. Lalalala. Lalalala. Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen waren. Lalalala. 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 So, aber jetzt ähm... Oh, wir brauchen wieder... Hallo? Futter, Futter brauchen wir wieder. Futter bitte Fische. Ah ne, das war Butter. Ah, Futter oder Butter. Alles, alles beides brauchen die Fische. Hm, hm, hm. Lalalala. Lala. Lalalala. 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 So. Lalalala. 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 Wir stellen ein Schaltergeschäft den Sonnenbrum. Ja, machen wir. Standard. Das ist ja Standard. Ähm, ja. So. Dann machen wir. Umfangreich. Umfangreich. Umfangreich, ja. Okay. Sollen wir auch hinkriegen noch. Moment. Gucken wir mal welche hinschicken. So geht das. Ich hole nicht anders, ne? Jo, jo! Auf der guten alten Insel hier. So. Lass mich in Ruhe. Hier ist eine Auge. Hier sind doch Fliegen. Eigentlich sind alle Fliegen hier. Ich hab tausend Fliegen hier wieder erschlagen. Ich weiß nicht wo die herkommen. Ich will sie echt nicht. Eigentlich müssten die Fliegen alle tot sein. Aber irgendwie meine Fliegen nicht. Meine nicht. Die bleiben hier irgendwie im Büro. Das ist, ich weiß es nicht. La, la, la. Man hat nichts. La, 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 la. So. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen an Kohle kommen, ne? Kohle, Kohle, Kohle. Wir brauchen Geld. Wir brauchen viel Geld. Wir brauchen noch mehr Geld. Naja. Ungefähr. So, wir gucken beim Häuptlingshaus. Häuptlingshaus. Die werden wahrscheinlich wieder nichts für uns haben. Schrauben. Brauche ich denn Schrauben überhaupt? Nein. Komm, wir ernten hier erstmal. Sonst hat er eh nix. Batterien brauchen wir. Batterien und... Klebeband. Achso, Quatsch. Klick ich denn da drauf. Hm. Ja, geil. Noch mehr Schrauben. Genau das, was man nicht braucht. Das kommt mal die ganze Zeit, oder was? Nägel. Ich, ich brauche... Ich brauche... Batterien! Ja! Na! Ich brauche... Mööööö... Es ist doch... es ist doch langsam nicht mehr wahr. Ja, so viel. Äh, so wenig Batterien gekriegt. Wir brauchen so viel Batterien. Kleberband haben wir vor paar Tagen immer gekriegt. Es... 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 es! Esaaa... Es... es... Verflucht! Es... es ist'n Fluch. Mmh, 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 hm. Ja, würde ich gerne ausbauen. Können wir aber nicht. Haus finden. Achso. Da kann man ausbauen. 200. Was fehlt denn? Achso, haben wir nicht. 121. Meine Güte. Ich habe mich gerade erschreckt. Ich hätte die Aufnahmetaste nicht gedrückt gehabt. Uiuiuiuiui. Da ist mir gerade so ein bisschen Angst und Bange geworden. Das wäre nämlich jetzt nicht so prickelnd. Zwei Stück haben wir noch. Zwei Leute noch über. Was ist das denn? Habe ich irgendwas nicht belegt oder was? Ja, komm, schicken wir sie da hin. Dann verdienen die auch ihr Geld. Zum Marmorfjord. Da will ich hofft. So, wunderschön. Ja, geil. Da wollte ich nicht hin. Ich will hier hin. Ja, entschuldigung. Die, die Dame der Insel, die eigentlich nicht die Dame der Insel ist, meckert schon wieder mit mir hier. Was ist das denn? Das ist ja schlimmer als ne, als die eigene Frau. Erstmal umdrehen. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Ich weiß die Grüße. Great job, Chief. So, erstmal Kohle trotzdem verdienen, das können wir ja. Ähm. Ich hoffe, oder? Ich mach da nichts falsch, oder? Nö, eigentlich nichts. So, ab ins Körbchen. Ab ins Körbchen. Ab ins Körbchen. Ab ins Körbchen. So. Alter, was muss ich mir alles... Glückliche Arbeiter sind gute Arbeiter. So, außerdem gibt's uns da noch mal ein bisschen, äh, ne, level-technisch auch besser. Okay. Okay. Yo. Da, 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 da. Und da können wir auch nochmal ein wenig zuschlagen. Okay. La, 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 la. Oh. Okay. Reicht nicht aus. Alles klar. Ich hätte, hätte ich... Was? Hä? Wieso? Hab ich mich verdrückt jetzt gerade? Mach das nur den Anschein, ne? M-M-Mampf mal weiß ich auch nicht. Manfred auch. Ähm. Juti. Gut. Das bringt uns nix. Ähm. Ich glaube hiermit machen wir relativ viel Kohle. So, dann sind die Leute oft weg und dann haben wir ein bisschen Kohle gemacht, ne? Joa. So. Gucken wir mal, was wir auf der geheimnisvollen Wüsteninsel hier haben. Ey, guck mal, da habe ich ein Ei. Äh, also, gefunden in der Höhle. Da lege ich echt großen Wert drauf. Hey. Go. You need to try it later. Ja, dafür muss ich auch überall woanders hier wieder... Anbauen, anpflanzen. Ah, das ist immer so ärgerlich. Hatten wir jetzt eigentlich... Hatten wir eigentlich das... Doch, die eine Quest hatten wir beendet, ne? Mit dem Anpflanzen. Hm. Ah, ja genau. Ah, ja genau. Es ist passiert, dass ich versucht, den Chef. Wie wunderbar, oh Herr. Du bist so wunderschönig als ein Fokse. Die Reisetasche ist gepackt. Ich bin bereit. Ich habe keine Angst vor Gefahren. So, neue Quest. Natürlich müssen wir hier nochmal zehnmal bestellen. War ja klar, weißt du? Das war sowas von klar. Ist das egal, was wir machen hier? Ich hoffe. Ach man. So, pass auf. Das machen wir ganz anders. Wir gehen mal hier durch. So, hier. Zack. Wir machen die mal alle ein bisschen glücklicher. Dafür kriegen wir eh EP. Dann läuft das hier. Hoffe ich. So. Machen wir sie mal ein bisschen. Alle ein bisschen glücklicher wenigstens. So, zack. Und dann können wir nämlich auch gleich die Sachen relativ, glaube ich, gut rauskriegen. Hoffe ich. Damit wir da wieder Geschäfte bestellen können. So ist mein Plan. So lautet mein Plänchen. So. Ist das schon fast. Happy Halloween kann man ja schon fast sagen. Fast. Ich habe nicht gesagt, dass es ist. Ich habe gesagt, fast. So. Sehr schön. Jetzt habe ich das falsche Geschäft. Ja, Standard, Mann. Standard-Geschäft. Kannst du nicht lesen, oder was? Umfangreiches Geschäft geht auch. Alles klar. Geschirrladen. Ich habe keinen Geschirrladen. Oh, ich könnte einen Geschirrladen bauen. Oh. Okay. Hm. Dann brauchen wir noch einen Geschirrladen hier. Alles klar. Ich weiß, dass du grüßt, dass du fluchst. Hohoho. 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 So, vielleicht soll... Hoi. Hm. Ah, doch. Den haben wir schon. Ah, Mann. Jetzt fehlt ein Mitarbeiter. Aber gut. Kriegen wir hin. So, warte mal. Dann gucke ich mal eben, wo wir denn... Äh, falsche Karte. Da wollte ich hin. Karte. Richtig Karte. Karte. Ähm, wie viel braucht denn wir denn jetzt da? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? Hm. So, warte mal. 450. Ah, alles klar. 450. Wie viel... Wie viel würden wir uns denn noch fehlen? Das habe ich jetzt auch wieder nicht geguckt, weil ich schlau bin. 450 würden uns auch fehlen. Ja, super. Das habe ich jetzt rübergeschickt. 244. Kann man hier sonst irgendwo noch so... So Zeus hier rumliegen? 40. Ich schicke es in die falsche Richtung, ne? Jo. Ich bin so ein Doos-Puddel, ne? Das darf man eigentlich gar keinem sagen, wie doof ich bin. So. Darf man... Das ist... Unfassbar, wie doof ich bin. An... An Do... An Doofheit... An Dofe darf es... Du bist Dofe, gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Das ist... Gar nichts zu beschreiben. Ist schon peinlich. Schicke ich es zur falschen Insel. Wie ist es? Ach... Das ist ja... Ganz toll. Ganz, ganz toll. Alles eure Schuld, so. Alles eure Schuld. Huch. Mhm, mhm, mhm. Hier ist viel eingegangen. Merke ich gerade. Okay, ja. Ah ja, guck mal hier. Hey, ein Tresor, der... Naja, nicht so wirklich viel beinhaltet. Das ist so ein wunderschöner Morgen, nicht wahr? Das ist so ein wunderschöner Morgen, nicht wahr? So, ähm... Finde... In der Höhle. Finde hier. Ich hab nicht genug Kohle, weil ihr kleine arme Schweine seid. Hab ich's auch mal gesagt. Finde fünf Kristalle. Ja, auch in der Höhle natürlich. Klar. Baue Süßwaren, Lahn. Na, hallelelele. Du musst es nachher versuchen. Ja, Moment. Du blödes Ding hier. Geh doch mal weg. Ich hasse das, wenn ich Sachen nicht wegklicken kann. Kennt man, ne? Du kannst die Sachen einfach nicht wegklicken. So, erstmal ins Lager verschieben. Dann können wir schon mal wenigstens... Wieso, wieso kann ich denn jetzt... Jetzt reichen die Süßigkeiten jetzt, wir doch nicht, oder was hier? Äh, also essen? Das gibt's doch nicht. Warte, das haben wir gleich. So. Schnitt voll hier, da. Gibt's doch nicht. Ich hoffe, dafür gibt's jetzt genug zu essen. Ich hoffe es. Okay, das dauert echt ein bisschen dafür. Aber dann hätten wir schon mal einen, einen Süßigkeitenladen. Ich hätte hier auch in die Richtung... Nicht so schlimm jetzt. So. Oh, und damit haben wir dann auch unseren ersten Süßigkeitenladen. Geil. Äh, wie viel brauchen wir denn? Ja, natürlich. Süßwarenläden. Drei Stück. Damit sie bloß, äh, auch direkt einen Zahnarzt hier bauen kannst. Weil danach sind die Zähne kaputt. Die sind... Die existieren gar nicht mehr. Achso, ja, da komm ich ja nicht hin. Entschuldigung. Schrei mich nicht immer an, die Dame, ey. Das ist ja schlimmer als die Fee. Was? So. Da laufen sie. Freude strahlend. So, ähm... Jo, da können wir erstmal ein bisschen Essie-Essie mitmachen. Dann können wir ein bisschen Goldi-Goldi sammeln. Goldi-Goldi. So. Na, geht schon klar. Ja, Entschuldigung. Ich hab... Ich hab... Ich hab es gewagt, hier einfach zu klicken. Was fällt mir auch ein? Mir hier Wege irgendwie freikaufen zu wollen. Also nicht kaufen in dem Sinne, sondern, ne? So. Dann haben wir das nämlich auch. Okay, wir brauchen echt, echt mehr Essen. Wir brauchen echt mehr Essen. Nein, ich war eigentlich... Ja, Häuptling. Ihr seid ein Versager, Häuptling. Was hab ich denn jetzt gemacht? Alfa, bravo. Es ist so ein wundervoller Morgen, ist es nicht? Finden. Achso. Ja, okay. Das müssen wir auch noch ausbauen. Ah, eine Hüte. Die Prophezen sind... ...verstanden. Wir müssen hier viel mehr Kohle hinschicken. Äh, Essen hinschicken. Kohle. Kohle wird uns auch nicht helfen aktuell. Äh... Ich höre die Geister nach mir rufen. Hm, bring Essen. Ja. Wer hat denn jetzt relativ viel Essen... ...als Ländchen? Eigentlich kein Land, ne? Warum klicke ich jetzt da hin, dass ich da hin will? Weil ich dämlich bin. Hm. Aua. Ich bin total voll konzentriert und voll bei der Sache. Die haben relativ immer gut Essen. Dann schicken wir da auch mal ein bisschen was hin. So, komm. Zack. Fertig. So. Berg vor Land. Läuft. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Die 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 Ich jetzt für einen großen Fehler gemacht hat dann muss ich noch ganz schnell Bieten Ich habe vergessen. Ich habe vergessen sachen hier hier hin zu schicken Ich glaube, ich habe Sachen vergessen, hierhin zu schicken. Da, la, la. La, 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 la. Okay, die haben relativ wenig zu essen. Ich weiß gar nicht, warum. Huch. So, du kleiner Elefant. Den ich da fand. Viel geland. Ne, ich weiß nicht. So, finden. Nein, Mann. Achso, die ganzen Sachen. Doch, die kann ich hier finden. Wo denn? Hier? War das jetzt richtig? Ja, die finde ich nur hier. Das muss ich noch bauen. Dafür brauche ich immer Level 63. Rakete? Wollen wir hier was abschießen oder was? Und noch was finden. Da brauchen wir Level 65 für. Geil. Bauen. Mhm. Finden. Achso. Finden mehr. Okay. Uiuiuiuiui. Äh. Wie soll ich denn das Level erreichen hier? Das gibt es ja nicht. Werde Level das, damit du das bauen kannst, damit du das finden kannst, damit du nachher das bauen kannst. Das gibt es ja nicht. Ich weiß. Yo. Okay. So, jetzt habe ich wieder keine Mitarbeiter. Nein. So, wir gehen zum Buch der fruchtbaren Erde oder furchtbaren Erde. Ich weiß es auch gerade gerade gar nicht. Ob es furchtbar oder fruchtbar ist. Das Lied ist furchtbar. Toll. Ich wollte aufhören zu singen. Ja. Das macht der Kopf mit einem. Wenn man zu lange hier sowas spielt. Und ein bisschen gestretched ist. Dann passiert sowas. Bin übrigens der festen Überzeugung. Und lasse mich da von meiner Idee auch nicht mehr abbringen. Ups. Lalalala. Lalalalala. Lalalalala. So. Dann können wir das Land hier so ein bisschen dann außen vor lassen. Geht das? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber wir können ja erstmal wieder... Da brauchen wir nochmal einen für, ne? So. Lalalalala. 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 Und dann können wir eigentlich hier, ne? Dafür brauchen wir auch nur einen. Ach, hier hätte ich jetzt vielleicht... Hätte ich auch nur einen gebraucht. Nö. Ich bin schlau wie ein Fisch. Ich bin schlau wie ein Fisch. So. Ähm. Ja, komm. Hier können wir nochmal ein bisschen, äh... Flachpfeifen können wir da hinschicken. Ähm. Schick ich irgendwo Holz jetzt? Durch die Gegend hier? Holzbretters oder sowas? Brettters. Mehrzahl von Bretter. Brettters. So. Hier. Holzstämme sind es übrigens. Lalalalala. So. Ich würde gerne mal hier irgendwie hinkommen. Hm. Finde ich eine Rätsellösung. Ja. Jetzt habe ich irgendwo hingeklickt schon wieder. Nimm. 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 Hier wollte ich hin. So. Dann wollte ich hier hin. So. Jetzt wird nämlich ja gleich der Bildschirm wieder klein, weil ich wieder Leute besuche. Hoffe ich. Ja doch. Hier wollen wir hin. Das werde ich aggressiv. Werde ich aggressiv, werde ich ganz fies. Oder so ähnlich. So. Zack, 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 zack. Hier. Leveln, 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 leveln. Also, IP, IP, IP. Ja, der Dore schickt mir noch mal ne Anfrage. Ah ja, genau. Ich brauchte aktive Freunde. Da wollte ich mich noch drum gekümmert haben. Hab es wieder nicht getan. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Und ich nehm mal wieder die Tribus-Folge viel zu knapp eigentlich auf. Ja, dem schickt mir auch noch mal ne Anfrage. Weil ich schlau bin. Hm. Ja gut, wobei, die Tribus kann ich immer mal so nebenbei... Also jetzt muss ich morgen echt dran denken, mich mal eben einzulocken hier. Und dann eben die so richtigen Sachen zu verschicken. Ja, vielleicht schaffe ich auch mal ein bisschen eben hier so die Quest-Gegenstände mal eben so fertig zu machen. Macht ja nix, wenn ich mal ne Quest vielleicht nicht unbedingt aufnehme. Hoffe ich. So. Und ich hab's endlich geschafft. MgWiki ist wieder fertig. Beziehungsweise auf der aktuellsten Version. Da hab ich jetzt so urlaubsmäßig dran gesessen. Und es ist, ja, up to date. Es ist up to date. Monstersgame.wiki. Das ist denn das? MgWiki.arkade-welten.eu. Da hab ich's auch im Blick gehostet. Ja, da hab ich's gehostet. Fürs, äh, für'n, für'n, äh... Browser-Game. Für ein Browser-Game. MgWiki.arkade-welten. Kann man ja mal selber Werbung machen. Hashtag Werbung. Gut. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich weiß, wir müssen noch eigentlich hier auch die, die Wettbewerbe mitmachen. Das machen wir noch. Aber nicht heute. Wettbewerbskarte. Dü-dü-dü. Das machen wir am nächsten Mal. Das machen wir am nächsten Mal. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und ciao mit V. Tschüss. Tschüss.